Hey Leute, willkommen zurück zu Final Fantasy XVI. Wir sollen in unser Zimmer zurückkehren. Und es ist alles dankbar zu dir, Taya. Der Schauppel hat die ganze Arbeit gemacht. Ah, bevor ich mich vergessen, ein Rieder war hier mit einem Buch von Gav. Otto hat es auf deinem Tisch. Otto Stolas. Okay, ich habe einen Blick. Und dann hast du ein Rest. Was hätte Gav gedacht, was eine Buchstabe? Oh, warte mal. Wir können ja an sich zu einer... Ne, wir können nicht zu einer anderen Orden reisen. Sonst hätte ich jetzt gerade gesagt, können wir ja an sich die Sidequest jetzt schnell machen. Aber nein. Wir können nicht wegreisen. Schließlich, wenn wir auf die Weltkarte zugreifen können, werden wir auf jeden Fall welche machen. Berichte, Briefe und andere wichtige Anklage. Drei verdressierte Schriftstücke in Landen bei der Post. Auf diesem Tisch in seinem Zimmer. Es kommt schon dir etwas Neues rein. Also sieh also immer nach, wenn du zurück ins Versteck kommst. Das Spiel der Republik. Das dalmäkische Herr rückt bei Dichatia auf Sambrecchio vor. Und sogar die steinere Wache wurde an die Front berufen. Ich wette, da ist was Großes im Gange. Mehr, wenn ich zurück bin. Gav. Was hat Gav gesagt? Der Republikaner ist auf dem Weg. Leider Rande Lahr in Hugo Kupka. Mit ihm und seinen Mannen mit der Defense des Kapitales. Sie sind nicht sicher, dass wir uns verletzt haben. Das ist gut, dann. Das ist mehr als das. Das ist unsere Chance. Das, was wir warten. Das ist das, was wir warten können. Es hält mich zurück. Er hat einen Icon gewonnen. Ihr Körper kennt das nur sehr gut. Es ist nur versucht, dich zu retten von dir selbst zu retten. Und ich kann keinen Druck für dich. Unsere Mission hat mich gefragt, was ich wusste. Aber eine Sache hat sich sehr klar. Die Crystall nehmen mehr als sie geben. In der Lage für momentary Wettbewerb, wir müssen ein Leben langer Wettbewerb, Krieg nach Krieg, Verlust auf Verlust auf Verlust. Und jetzt? Jetzt haben wir uns von unseren eigenen Häusern, leaving nichts, aber Schmutz und Schmutz. Aber Sie versuchen, das zu ändern. Wir versuchen, das zu ändern. Und für mich, das ist kein Wettbewerb. Ich weiß, aber... Wir versuchen, das zu ändern. Wir sind nur hier, weil Joshua uns eine zweite Chance gegeben hat. Es wäre ein Schmerz, zu verdienen ein Wettbewerb. Er hat. Er war da. Er war da. Er hat. Er hat. Er hat. Er hat. Er hat. optimization. Ich weiß, dass er wird. Und wir müssen bereit sein, wenn er er macht. In einem Welt, ohne Mother Crystals. Das ist es. Und so ist der Norden verloren. Ich wusste, dass die Blight immer weitergehebte, Ihre Grace. Aber das... Das ist viel, viel schlimmer, als jeder hätte gedacht. Es ist nur ein Zeitpunkt, bevor die Twins sind. Ich weiß nicht mehr. Die Welt ist immer näher zu Ende. Und hier sind wir Schäden. Sag mir, Bruder. Und hier sind unsere Schäden. Herr Clive, ein Moment, wenn Sie... Ah, meine Entschuldigung. Ich wollte nicht... ...eintrudieren. Nicht überhaupt. Wir waren nur über die Strategie diskutieren. Sprich frei, Otto. Es ist Martha, aus dem Inn. Sie ist weg. Anyway. Ich werde in der Beste, wenn Sie es fertig sind. Sehr gut. Martha. Ein schwarzes Omen. Was macht Martha, den Rest? Was macht Martha, den Rest? Eine gute Frage. Wir wollten doch der erste Sidequest erledigen. Und jetzt ist es einfach verschwunden. Was wissen wir, Otto? Was macht Martha? Some lads von der Imperial-Garrison in Rosaria in Rosaria started a fight over at Martha's Rest. Blood was spilled. Bones were broken. The usual. But somewhere in the middle of it all, Martha vanished without a word to anyone. And that ain't like her, Clive. Something's not right. You think this was planned? Of course it bloody was. Ever since Eastpool, the Empire's been tightening its grip around the Duchy's balls. They've strung up everyone who's ever set eyes on a runaway, claiming their traitors to the Holy Throne, conspiring to restore the house of Rosfield to power. I know it sounds like the bastards have turned their attentions to the poor bearers, meek enough to stay put. Naturally, old Martha could see the way the wind was blowing, complaining that it was getting harder and harder to take bearers in. And now she's missing. If she's fallen into the hands of the Empire, we could be next. Couple of curse breakers are already on their way to the inn. They should help speed up the search. But if this is as bad as I think it is, you might end up having to save their asses and all. Don't worry, Otto. I'll make sure everyone gets home safe. Finde die Fluchbrecher. Finde die Fluchbrecher. Ja, das ist dann wohl auf der... Waren die nicht sogar Sidequests? Oder sind die jetzt gerade... Sind die verschwunden, die Sidequests? Kann sein, dass die nach einer Zeit verschwinden? Das war in 15 aber nicht so. Oder... Vielleicht kann man die einfach jetzt nicht abfüllen, weil hier gerade was los ist. Wir machen extra eine Folge für die Sidequests noch. Weil wir haben ja drei in dem einen Ort, dann glaube ich hier ein paar noch, und dann jetzt haben wir noch mal eine. Machen wir extra eine Folge hier. Ja. 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 All unsere Reifers got her were a pair of mine shackles und eine holle Reifers. Any idea where? Judging by their tracks, sie sind nach Sorrowise Bay. Till die Abbe, scheltert Martha's bearers. Die Baste. Jid und ich werden sie nach ihnen. Du schaust die Leute hier. Wir werden. Aber um, bevor du gehen, ein der Land gehört etwas. Sie sagten die Soldaten die Köln. Ich weiß nicht, wie groß das ist, aber es klingt nicht gut. Sei vorsichtig da draußen, Sid. Du machst das gleiche. Dunkle Wolken. Zeitküsse aber auch nicht, ja. Cole ist richtig. Das war kein Tavernbruch. Es war ein Messer. Was für Köln. Das war ein Wartier. Der Gärstand. Der Köln. weil wir als Einwohner. Die Sozial-Bereich. Das war aber auch nicht. Das war ein Wartier. Das war ein Wartier. Das war ein Wartier. Das war's für heute. Das war's. 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 Ich bin bereit, um Hilfe zu helfen. Die Imperierer sind tot. Sie sind. Alle letzten. Nur, dass es das wahr ist. Die Black Shields werden zurückgekehrt. Die Kullings werden weitergehen. Rosaria wird niemals gegründet werden. Wenn wir sie retten, erzählen sie. Und erzählen sie es nicht ihre Schuld. Ich werde. Sind, wo sind Sie? Sind! In hier! We found a survivor! Clive? He's gone. We've laid the Abbot to rest. But the Bearers? They didn't need to die like this. No, they didn't. But it was their choice. They knew the fate that awaited them and chose to meet it on their terms. Fighting for those who fought for them. Martha said they rose from their beds. Threw themselves at the Imperials so she and the Abbot could escape. I've gathered the Bearers' remains. We should consign them to the tide. There's a drawbridge not far from here. Riddick's jump. The currents there are swift. If the Abbot were still with us, he'd have taken the dust there himself and performed the casting. I'll get someone to... I'll do it. Of course. Cole and I will remain here and see to the Imperials. The End The End The End Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020